Die ganze Welt spricht über künstliche Intelligenz. Nur wir in Deutschland tun uns damit mal wieder etwas schwer. Dabei stehen wir bei der KI-Forschung eigentlich gar nicht so schlecht da. Nur beim Transfer in innovative Produkte und Dienstleistungen treten wir auf der Stelle. Wir Freie Demokraten wollen das ändern. Damit das klappt, braucht es Experimentierräume, sogenannte digitale Freiheitszonen. Was ist das? Wenn ein junger Gründer oder Gründerin eine Idee hat, möchten wir ihm die Möglichkeit geben, diese Idee auszutesten, ohne mit überbürdenden regulatorischen Auflagen oder Bestimmungen überfrachtet zu werden. So erlauben wir es jungen Ideen, groß zu werden, um dann den Transfer in den Markt zu schaffen, ohne unseren Gründerinnen und Gründern überflüssige Bürokratie aufzubürden und ihre Ideen im Keim zu ersticken.